Ich bin von der Pfannhafen gestochen. Was ist damit jetzt zwar? Ich zieh! Nein! Bei dir geht es halt ein bisschen anders zu. Das habe ich zugreifen, um das Display zu sehen, was er jetzt für große angekriegt hat. Machst du noch Schiedsrichter? Ja, es ist so super. Ja, es ist so super. Abonnieren bin ich gleich. Ich bin bei dir und ich mache das Ding. Ich bin bei dir, ich brauche dich schiffen. Ich bin bei dir, ich brauche die Müller von dem Körper zu meinem Abonnieren. Ich brauche das, ich brauche dich schiffen. Ich brauche mich. Bis zum nächsten Mal.